Ich finde Müller ganz sympathisch. Ja, finde ich auch. Ich meine, mit den Toren ist jetzt so ein bisschen überschätzt. Findest du? Das habe ich ihm ja beigebracht. Spaß! Ja, das ist ein Treffen. Das Schießen? Du? Ja, deswegen solltest du ein Papierkopf hätten. Hier bringe ich das auch bei. Ja, dann bin ich mal gespannt. Das ist total einfach. Dann schießt die drei Dinger mal da in den Papierkorb und der Kameramann geht mal da hin. Papierkorb, alles klar. Hopp, hopp, hopp. Das schafft er nicht. Das kann er nicht. So, Falla, komm. Zeig, was du kannst. Oh, Alter! Nee, hör auf! Warte, warte, ich muss den Hammer hinstellen. Ja, klar. Nee! Warte, warte, ich muss den... 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 Warte, warte, ich muss den Hammer hinstellen. Alle guten Dinger sind rein? Na, los. Okay. Nee! Sie sind der Meinung, das war... Spitze! Der ist Herr. Der ist Herr. Der ist Herr. Der ist Herr. Die ist Herr.